Hallo zusammen, AI Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Wächter des Birnavu Tempels auf der Allianz Seite anzunehmen bei Servistras in der Drachenöde an dieser Position. Vor Quest war durch das Feuer. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 und ich bin davon überzeugt, das Video wird euch dennoch helfen. Ich bin hier auch schon gleich bei diesem Birnavu Tempel und hier seht ihr auf der Minimap auch schon ein Fragezeichen. Quest ist also ziemlich einfach. Quest ist abzugeben bei Taviolstras in der Drachenöde an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.